Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Nebenbei nehm ich auf. Ihr seid wieder dabei. Im Stream. Der hat dessen zwei Teile, der teilt sich nicht ab. Über uns, über uns. Genau, Lichtle Max ist auch am Start, genau. Geht man da weg, Lichtle? Ja klar, ich geh auch weg. Oder was? Nee, nee, passt schon. Okay, sehr schön. Guso, wo bist du? Ich bin oberhalb von Moritz. Doch, 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 passt. Okay, wie viel? Digga. Ja. Ich hab gesagt, nicht nochmal, aber es war auch mein. Ich wollte mich auch nicht nochmal, ich wollte dich gerade eben hoch. Lichtle, komm mal, äh, Guso, komm mal gerade her. Ja klar. Oh, wow, fettes Stück, Alter. Nee, das ist TYT Pake, der hat aber den gleichen Skin wie du. So, jetzt nehm ich hier mal kurz was ein von dir und ich fiele dich gleich wieder hoch. Ja, spiel dich einfach mal durch die Gegend. Spiel dich da mal unten zu diesem I'm Snake und lass einfach mal ein paar Leute weg, genau. Ja, läuft auf jeden Fall hier. Da fragt jemand, heißt du Jonathan? Jonathan, ja, ich heiße Jonathan, Moritz heißt Moritz. Und Guso, äh, deinen Namen darf man sagen oder nicht? Natürlich, ja klar. Okay, Heinrich, ganz klar. Nee, Martin, aber... Ah, voll, ah ja, voll, das ist der Nachname, oder? Oh, jetzt backst du, oh, ich wollte es nur gerade sagen. Moritz, ich bin neben dir, ich bin neben dir. Ja, warte, oh, hier, hier, ah, der hat uns jetzt, Nemesis hat mich jetzt gerade richtig gefiedelt. Moritz, da ist Moritz. Das kleine Waldwiesel. Ja, genau. Komm, komm hier hoch. Ja, ich komme. Ja, komm nach unten. YTK, was will ich essen? Warte. Jetzt. Oh yeah, nice. Ja, natürlich, das ist einfach, das ist einfach, wie gesagt, das mag ich so extrem sehr gerne, wenn man einfach gegen, miteinander einfach übel swaggert. Full split, Lichtle, go. Wohin, wer, wo? Full split, into me. Into you, okay. Hast du ihn? Ja, hab ich. Sehr geil. Hier, hier, komm her, Lichtle, Lichtle, komm her. Scheiße, das ist ein Agarboards-Funknetwerk, der viel fetter als ich ist. Pass auf, Moritz, ich komme in die Richtung, hier. Sehr schön, sehr geil. Das ist Kanada, das ist Kanada, das ist Kanada. Wenn wir den bekommen. Ja, und über uns ist Agarboards-Funknetwerk. Oh, weg, 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 weg. Das ist zu riskant. Einfach so ein Agarboards-Funknetwerk. Shrek ist unter uns, nee, das gibt Ärger. Ja, überhaupt, Jumbo-Pro, der könnte uns essen. Alter, hier sind ziemlich fette unterwegs. Da ist Lichtle, da unter uns ist Lichtle, okay. Okay, dann können wir da auf jeden Fall hin. Würden wir Kanada bekommen, das wäre schon ziemlich nice, aber es geht sich nicht aus. Pass auf, Moritz, geh weg, geh weg. Oh, hier, er hat gerade... Er verbindet sich, Alter. Er hat gerade... Oh, das war dumm. Nice, das war richtig dumm von ihm. Und Charlie? Oh, hier, nice. Sehr nice, sehr, sehr gut. Nice, nice, nice. Ja, egal, nee, nee, wie gesagt, ich nehme euch das absolut gar nicht übel. Alles, was du gesehen hast, Alter. Nein, alles cool. Das ist absolut vollkommen... Nein, nein, aber es ist trotzdem scheiße, wenn man allen versehen nicht gilt. Nee, ich meine, du bist einfach ein kleiner Buhn, das ist doch vollkommen in Ordnung. Macht Sinn. Hier, ich komme zu euch. Denn Splitten war zu dritt, oder? Yo, wenn du da bist. Ich bin da. Alles gut so. Ah. Alles gut so, bei mir neben mir. Oh, oh, jetzt wird's Ärger gegen ihm. Alter, es gibt richtig Ärger. Oh, danke, danke, Moritz. Vielen Dank. Oh, Alter. Wow. Oh, übel. Du hast uns beide gekippt. Yes. Oh, shit. Ich bin fast komplett weg. Nicht nur einfach. Och, Mann. Beide. Wie wir es alle drauf haben. Aber das kriegen wir auf jeden Fall wieder gut hin, weil beim letzten Mal hat's einfach so geil Spaß gemacht. Das war der Überfun. Ja, läuft, 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 läuft. Ey, yo, okay. Ich seh die Bots von dir. Ich flieg einfach mal in die Richtung. Guzo ist auch schon wieder auf dem Niederbord. Ja, Guzo, Guzo, da bist du. Hier, links von dir. Danke. Alles easy, easy peasy. Go, Lichtle. Ein Mann frei. Läuft. Vielen Dank. Hier jetzt der Richtung. Ich will nicht aber essen, glaube ich. Nee, den kriegt er auf der Schnauze. Oh, oh. Oh, Jumbo. Lass den essen. Lass Jumbo destroyen. Mach Fullspill in mich, mach Fullspill in mich. In dich. Warte, warte, warte. In mich mach Fullspill. Ganz auf der Zeichen. Ja, okay, passt. Wieso denn jetzt? Wir holen Jumbo weg. Da unten ist Jumbo, Alter. Und der ist in viele Teilen. Der ist ja viel zu groß. Nein, der ist in viele Teilen. Oh, jetzt macht Go, Lichtle macht auch nice. Sehr, sehr soft. Ah, okay, hat mich gefiedelt. Oh, er hat aber sehr gut... Oh, ich gefiedelte mich an dich. Nein, nicht, nicht, nicht. Moritz wird hier... Jumbo wird hier gerade richtig eskalierend. Soll ich mich für ihn teilen? Einem Eimer spüren. Also, passt auf mit Jumbo. Genau, passt auf mit Jumbo. Okay, fied mich. Der hat gerade unten richtig was am Start. Moritz, werd nicht zu klein. Splitt, Moritz. Splitt. Glaub mal, jetzt ohne Witz, weil hier Jumbo ist ganz schön groß. Ja, wir sind auf 7000 irgendwas. 7800. Ja, Jumbo ist ziemlich groß. Er ist unter mir. Ich weiß nicht, ob wir größer sind oder kleiner. Soll ich kurz um ihn rum? Wir splitten den jetzt einfach. Nee, jetzt ist unter dir jetzt Defcon 1 Mexiko. Das ist nicht mehr Jumbo. Ja, der hat gerade Jumbo getötet. Okay. Wir sollten ihm da was splitten. Warten, nee, 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 lass mal, lass mal. Lass ihm mal hier was geben. Spende ihm mal. Nein, nein, der macht kein Team. Der macht kein Team. Doch, doch, er hat zurückgeteamt. Er hat zurückgeteamt. Was? Mach bitte das mal. Aber dann sterbe ich jetzt. Ja, das ist kacke. Vielleicht ist irgendwo ein grünes Ding neben diesem Defcon Mexiko. Er ist doch nicht größer als ich. Sieht absolut nicht so aus. Also er hat auf jeden Fall gerade mit mir geteamt. Er hat mir zurückgegeben, Stuff. Ja, das heißt nicht. Das heißt wirklich nichts. Vielleicht hat er es auch einfach nur so gemacht. So ist das so. Ey, hinter dir. Go Lichtle. Nee, aber go Lichtle. Das glaube ich Team. Wir sollten ihn aufhinter. Pass auf, das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts. Hier, hier unter uns. Unter uns. Komm, Lichtle. Runter, runter, runter. Hier ist einer ganz, ganz viele Teile. Oh ja. Oh nein. Mann, nee. Guto, fullspit in mich. Fullspit. Cool. Wenn du das möchtest, wird was gemacht. Sehr schön, sehr schön. Wir haben ihn ganz, ich habe ihn ganz. Komm her. Sehr nice. Ey, wie ihr sagt, so läuft es. Wie ihr sagt, so läuft es. Fetter Jolo Swagdreck. Pass auf, ich nehme meine Teile. Ja, ja, klar. Sehr gut. Auf wie viel bist du? Ich bin jetzt auf, kleinen Moment, auf 13.600. Oh, nice. Ich habe gerade so zwei richtig fette. Kann ich dir gerade wieder nicht spenden? Wir holen uns jetzt den pinken. Feed mich, feed mich. Ja, ich gucke gerade, ob ich die spende ich dir? Ja, ja, klar. Ich bin so fett, ich sehe das gar nicht mehr. So, das heißt. Dann saßt du gleich fullspit. Ja, jetzt splitte dich. Nee, ich kann nicht mehr. Defcon 1 Mexico. Ja, jetzt müsst ihr mir wieder helfen. Das war den Defcon 1 Mexico richtig übelst in den Arsch ballern. Okay, schade. Das war ziemlich knapp. Aber der würde mir jetzt... Also, ich frage mich gerade, was da im Chat abgeht. Also, die Leute schreiben, dass es irgendwie laggt. Also, ich habe es gerade im Stream offen. Es laggt überhaupt nicht. Jetzt nur im Stream. Und Lobbywechsel schreiben an die Leute. Seid ihr blau? Anscheinend kommen viele Leute nicht in die Lobby rein. Ja gut, aber jetzt ist es auch schon langsam. Also, ich habe jetzt die Bots schon mehrfach restarted, dass es keine Bots auf dem Server sind. Die fliegen durch den Gras. Ja, nein. Die disconnecten ja dann für 10 oder 20 Sekunden. Das heißt, da können locker Leute... Also, auf jeden Fall bin ich jetzt schon mal in vier Teile. Und... Moritz, da bist du, da bist du, da bist du, da bist du. Alter, wo ist sie denn so? Ja, genau. Moritz, Moritz, Moritz. Der Pinker. Ich sehe Disiax. Ja, okay. Wo bist du denn? Ich bin bei Disiax. Und du folgst einfach den Bots und dann kommst du her. Warte. Ja, genau. Ich fielde dich jetzt komplett. Einmal nach unten spitten. Einmal nach unten spitten. Und jetzt kill den Soi-Aaron. Warte. Oh, fein. Kriegst du das auf der Reihe oder nicht? Da ist Peg, okay. Ich denke mal, ich komme... Immer den Bots nach, genau. Da bist du. Hier, Kuzu, hier. Ist das deine gesamte Maske? Ja, ich habe Moritz gespendet. Ah, okay, okay. Moritz, feed mich. Passt auf, links von Moritz. Der ist richtig... Und die... Und dann mach ich mich durch. Du musst auf die andere Seite von mir lichter, sonst kannst du nichts machen. Weil das sonst kacke wird jetzt. Ich glaube, es hast du verkackt. Nein, du musst auf die andere Seite einfach noch von mir nicht. Da, Kuzu, teil jetzt den Grünen mit dem... Wie geht das? Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Feed mich, feed mich, feed mich, feed mich, feed mich, feed mich, feed mich. Ja, klar, mach ich. Weg, geh weg. Ja, weiß ich. Warte, warte, warte. Gero, gero, gero. Ab ihn, sehr schön. Sehr schön. Moritz, jetzt feed mich, feed mich, feed mich. Nein, weg. Ich hab ihn. Ich bin gestorben. Ja, ich weiß, aber es ist unspaßlich. Das musste gerade sein, sonst hätte ich... Hast du ihn ganz, hast du ihn ganz? Nein, noch nicht ganz, aber ich hab seinen Teampartner gegessen. Jetzt muss Kuzu noch ein bisschen wer sein. Jetzt kommt zu mir. So, und jetzt gleich... Splitte dich für ihn, splitte dich für ihn. Okay, mach ich. Kein Thema. Sehr schön. Sehr schön. Wir sind so die Jolo-Swagger. Ab ihn ganz. Ja, 23.000 Masse. Sehr schön. Okay, feed Kuzu. Ja. Ich komm wieder in die Richtung. Ich seh schon, Boss, vielleicht fliegt ihr ein bisschen nach links. Einmal nach oben teilen, nach oben. Nicht auf mich, sondern nach oben teilen. Genau, passt. Boah, wie das läuft, Junge. Das läuft. Richtig warm die Hose runter. Ja, 18.000 Masse. Na, Moritz, ich bin neben dir. Hier, links. Boah, es läuft einfach. Komm zwischen mich. Komm zwischen mich. Komm zwischen mich. Ja, wo? Ah, okay. Ja, ich dachte, das ist der gesamte Teil von dir. Ach, du Scheiße. Ja, ja, läuft auf jeden Fall. Pass auf, mach jetzt gleich Fullspil, so einen richtigen Rager-Split. Jetzt, 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 jetzt. Rager-Splitterino, oh God. Ja, nice. Alter, guck mal, wie ich hier oben bin, wie klein ich bin. Ja, ich seh dich, ich seh dich, ja, ja. Ja, wo bist du? Hier oben. Oh, ich brauch deine Hilfe, ich brauch deine Hilfe. Wo soll ich dir helfen? Klar, kein Thema. Ich bin neben dir. Geh da ins Grüne, geh da ins Grüne mit deinem einen Teil, bitte. Ich kille mich ins Grüne Teil dringen. Nicht mich ins Grüne Teil. Geh du mit dem. Ich kille jetzt einfach mal Satan. Yeah, läuft bei mir. Schön, 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 schön. Oh, shit. Machen wir ein bisschen Split-Running? Ja, genau, auf jeden Fall. Spitte dich einfach, Lichtle, neben mich. Go. Oh, misst du jetzt gut. Nach unten, geh nach unten. Ich, ich, geh zur Seite. Weil da ist doch einer richtig fette Arzt. Kilt, killt den Charles. Kilt den Charles. Damals, splitte dich über mich drüber. Passt auf, pass auf. Der Charles. Charles will mich jetzt. Ja, genau. Komm her zu mir. Ja, das ist... Ja, ich muss ihn jetzt... Ja, ja, jetzt... Ah, ah, na. Komm her, komm her, du musst zu mir. Liegt doch hoch. Ich kann nicht zu dir. Oh, oh. Fiel mich, Moritz, fiel mich. Fiel mich, Moritz. Fiel mich doch. Nein, nicht deine Teile. Warte, weil ich, ich hab's unter Kontrolle. Alles cool. Ist der blaue, Guso? Nee, aber ich bin unter ihm, unter Charles. Du musst jetzt fullst. Schön, schön, schön. Splittet euch weg, dass er weg kann. Weil ich krieg ihn, definitiv. Nein. Ich, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Guso. Jetzt, split nach oben. Split nach oben. Nein, so riskant. Sehr schön. Ganz, ganz gegattert. Sehr. Congratulations, you reached the level. Sehr geiler Scheiß. Moritz, wo bist du? Das, wie gesagt, das, Leute, an alle nochmal, das ist epischer Kack. Alter. Also einfach, wir sind in ihm drinnen und splitten uns und bekommen ihn dadurch. Das ist schon heftig. Und das hat, da muss ich jetzt aber auch echt sagen, das ist ja dann nicht mehr, oh ja, klar, die Bots machen einen Unterschied, aber das ist ja nicht so, dass wir jetzt nur rein davon profitieren. Also es ist ja schon so, dass wir eben zusammen teamen und alles cool ist. Ja, stimmt. Hier, Moritz kriegt nochmal ein bisschen was. Vielleicht, wo seid ihr? Ich bin so groß, ich bin in vier Teile und ich bin in vier Teile. Wo bist du? Ja, wo denn? Ach, da. Ja, okay. Hier, 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 ja, genau. Ich mach danach, ja. Ja, warte, ich geb auch mal gut so ein bisschen was, warte. Ja, dankeschön. Das war's erstmal. Wow. Und das ist natürlich wirklich easy, um die anderen Leute zu finden. Das ist natürlich mit dem Abbot richtig geil. Warte, hier, ich, ich, weil ihr wisst selber, wie lange haben wir sonst, mal gesessen, um uns... Split, split, split. Nee, mich, mich erst mal fliehen. Ne? Jetzt ist es split. Diese Jax, hier, bei mir. Auch hier. Unten, unten links. Da? Da. Ja, genau da. Oh, stopp, stopp, stopp. Spreader nicht irgendwo hin. Spreader. Gut, du bekommst auch schon unseren... Ja, natürlich, logisch, Alter. Moritz, splitte dich über mich drüber. Pass auf, jetzt, nach oben. Nach oben. Ich kann nichts mehr sehen, da oben. Siehst du dich? Ja, da, oh, ich sehe dich. Ich, 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 ich räume unten auf. Ich räume unten auf. Das ist aber TL, gell? Weißt du schon, auch. Ja, macht man nicht. Feed, 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 feed. Oh, es ist so geil. Es ist sein... Nein, warum hast du dich nochmal gesplittet? Licht, du was machst? Jetzt spiele mich doch. Ja, wie denn? Da sitzt du auf mir drauf. Oh, Amigos. Ey, pass auf. Rechts, rechts von euch Amigos. Jetzt nach unten, Moritz, feed nach unten, feed nach unten, feed nach unten. Kann ich nicht. Doch, mach jetzt. Nein, sonst ist er da um mein Zeug. Nein, wie, das ist voll splittet. Rechts, rechts neben dir ist richtig... Geht nicht, er ist in mir drin, Digga. Ist mir egal. Splitte dich nach unten, Moritz. Jetzt sofort. Jetzt voll splittet. Ist doch. Ging gut, ging gut. Ja, aber die sind der LM, der hat ungefähr 6.000, 7.000 Masse von uns gestiegen. Nee, nee, wir haben 24.000, ich glaube. Ja, töte dich, weil wir den anderen gegessen haben. Limmst du meinen größeren Teil? Warte, ich fliege kurz in dich rein. Ja, du musst nach oben fliegen. Flieg durch mich durch, flieg durch mich durch. Okay. Wir müssen nach oben. Ohne Geburt, Alter. Ja, auf jeden Fall. Nee, die sieht eher aus wie ein Tittenfick. Oh, Mann. Ja, kommt, Leute. Das musst du jetzt. Dankeschön. Dankeschön. Also, jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir verkackt. Moritz, wo bist du, wo bist du? Er kriegt mich nicht. Er kriegt mich nicht. Wo sind denn die Potsdamen? Er kriegt mich doch. Da, ich bin unter dir. Einusgitter? Einusgitter? Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Wo bist du? Ich komme auch gleich angerazert wieder. Nein, du fielst gerade Lichtle, Theo. Alter, chill. Hör auf zu fielen. Ich fielst ja einfach so ein Lichtle, Theo, da rum. Okay, pass auf. Drei, zwei, eins. Ah. Richtig gut. Ich komme auch hier, hier. Lichtle. Lichtle ist hier. Oh mein Gott, war das kacke, Alter. Hier, hier, hier. Wow. Lichtle, Lichtle, fiele mich mal bitte. Wo bist du? Hier. Genau, dann kann ich dir nämlich wieder was abnehmen. Also, so drei, zwei, eins. Ich fiel wieder hier. Okay, jetzt aber drei, zwei, eins, go. Es geht nicht. Du bist 16 Teile. 16 Teile, stimmt. Achso. Du knapp. Nein. Ich fiel dir mich noch. Ja, genau. Und dann geht es nämlich hier jetzt die kleinen Teile. Genau. Läuft auf jeden Fall. Ja, läuft. Dann müssen wir jetzt die da oben bekommen. Okay. Zusammenfam, glaube ich, haben wir. So, sonst verlieren wir viel Masse. Das Bild dich mal überlichte drüber und erst mal ein paar Leute auch rein. Überlichte du das Splitten. Über mich drüber. So, so. Über mich drüber. Über mich drüber. Sehr schön. Ich bin zwar gestorben und mach nichts. Okay, gut. Jetzt weiß ich nicht. Einmal zurück. Einmal zurück Splitten. Einmal zurück Splitten. Ja, nice. Moritz, ich bin über dir. Moritz. Oh. Moritz, hier. Über dir. Alle meine Bots sind stehen geblieben. Wir sind schon wieder neu. Gut, so. Einmal zu mir Splitten. Moritz, splitte dich in mich. Ja, gut, so. Muss ich einmal erst mal zu mir Splitten. Nochmal. Bitte. Alter. Nach unten Splitten. Nach unten Splitten. Über mich drüber. Unter. Unter jetzt. Nach unten. Das ist ja nichts. Oh, das läuft echt mega. Das läuft echt mega. Ich mach hier mal wieder einen Cut. Und da bin ich wieder. Der kleine Gusor. Es geht wieder weiter mit Agario. Oh, stimmt. Swag. Oben drüber Splitten. Über uns, über uns, über uns. Einmal nach unten Splitten. Einmal nach unten Splitten. Danke. Moritz, pass auf. Warte. Oh, über euch. Über euch. Über euch. Alter, Moritz. Ich lebe noch. Rechts, rechts, rechts. Feed, 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 feed. Ja, Gusor ist aber hier. Feed, 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 feed. Feed, nochmal. Noch mehr, noch mehr. Mich noch mehr. Ja, kann nicht, oder? Nee, nee. Gusor, nein. Nee, ich bin in den Virus geflogen. Ach. Scheiße. Ja, tut mir leid. Jetzt haben wir verkackt. Das war aber verkackt. Gut, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich weiß, ich gebe einfach einen random Abonnenten meine Masse. Ja, genau, genau. Ich, ich, ich auch. Der, der, der will mir gerade die Masse geben, aber ich gebe sie ihm. Zack. Genau, ich, ich splitter mich auch in Lichtle rein und das war's für mich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Bis dann.